Es ist für mich sehr schwierig, jetzt schon zu erkennen, wer der Beste sein wird. Also jeder gibt hier wirklich sein Bestes. Natürlich stellt man fest zwischendurch, dass der eine sauberer und der andere nicht so sauber gearbeitet hat und dass die Elemente nicht so hundertprozentig zusammenpassen, was wir ja auch zu beurteilen haben. Wie ist die ganze Konzeption? Wie ist das ganze Farbenspiel? Wie harmoniert die Schokolade miteinander? Wir haben zum Teil natürlich sehr viel Farbe, sodass man kaum noch erkennen kann, dass es Schokolade ist. Es ist eine super schöne Schaustik geworden, aber leider muss ich euch mitteilen, beim Transport raus auf das Podest ist es kaputt gegangen. Aber das macht nichts, es ist schiriert. Und morgen geht es weiter. So, this was an absolutely crazy morning. Really, really much attention to come in here and see all the people that started work. Everybody was really stressed. You know, after this first half, I'm tired. So, the contestants, you know, they must be tired now. But they did an excellent job. I'm not sure if I will hit top three, but either way I'm happy with what I've done. If I finish 19th, I've learnt so much in the last two years. I came into this process, yes, to win, but also to learn. And I've learnt so, so much so far. Even this morning, doing things happen slightly different. You know, I built the showpiece many, many times before today. And, you know, today, something different happened. So every time I do it, you know, you learn. And, you know, who knows where I finish? Jusqu'à maintenant, je crois sincèrement que les États-Unis se démarquent énormément pour la première partie. Qu'est-ce qui m'impressionne, c'est vraiment au niveau... Le thème était tellement large que les gens ont fait énormément de pièces différentes qui fait en sorte que ça donne une couleur à chaque pays. If I don't win, I would like Australia to win. We've worked behind each other. I don't know any of the other guys at the moment. But, you know, they've been behind us this week. And they're really nice, nice bunch of people. And the young lady that's competing, it's very nice. Some of the work she's doing is outstanding. And there's never been a female winner. I think that'd be quite nice. Through this World Chocolate Master, I developed myself amazingly. So when I developed myself and then I surprised my creation, I started to believe, OK, I can make it, I think, at some point. But, like, yeah, I had more confidence when I training, training every day. So, yeah, I believe I got a chance, yes. J'adore l'équipe mexicaine et j'adore aussi l'équipe américaine, bon, les candidats. Et toute la matinée a été super. Tout le travail des candidats sont impeccables. Et j'espère qu'ils gagnent le mieux. Au revoir.